Und Mr. Oppenheimer war kein Held. Unglaublich brillant als Physiker. Theoretischer Physiker, er hat irgendwie zwei linke Hände, das hat er auch selber immer wieder gesagt. Brillant als theoretischer Physiker, aber eine absolute Null, wenn es halt um Weltpolitik geht, Sicherheit, diese anderen Themen. Also da war er total blank. Er hat sich da belabern lassen von Kommunisten und er brachte anscheinend verschiedene Spione, seine Kommunistenfreunde in das Manhattan Project mit rein. Im Film ist Oppenheimer ein Held. Also der Film Oppenheimer ist halt cool, clever, allen anderen überlegen in jedem Bereich. Und er ist halt eben so die Stimme der Vernunft und die Stimme der Moral im Film. Ja, und er kämpft halt gegen dieses rechte, faschistoide US-Establishment, also diesen amerikanischen Imperialismus. Weil für die Sowjets ist ja eh alles gegnerische, halt fiese Imperialismus. Also und ja, im Film ist er halt dann so getrieben von den Problematiken und den verschiedenen Loyalitäten und das macht ihn natürlich ein bisschen kirre. Aber er ist immer noch der coole Held, ja, er ist so ein bisschen so der Außerwählte. Und schlussendlich wird er dann hier, bekommt er keine Sicherheitsfreigabe mehr, wegen den ganzen Kommunistenspionen und so und er gerät auch unter Verdacht. Im Film sieht das so aus, als sei er so eine Art Bauernopfer. Also man will ihn halt abservieren aus verschiedenen Gründen und so. Und man nimmt halt so einen Vorwand her, er hat ja mal irgendwie ein bisschen was zu tun mit Kommunisten und aus dem Grund sägt man ihn ab. Oh, wie unfair. Der echte Oppenheimer, der tatsächliche Oppenheimer, war ein mental völlig instabiler, verrückter, umgeben von Hardcore-Kommunisten. Ja, also die Sowjets waren ja dann sauer, dass sie einerseits so hinterherhingen mit ihrem Atomprogramm und die Sowjets waren sauer, dass halt ihre Spione im Westen entdeckt wurden. Also, was macht die Sowjet-Propaganda? Ja, sie macht hier eine Kampagne und versucht halt eben dann das Narrativ irgendwie zu dominieren. Also sie sagen halt, Oppenheimer war der Gute, Amerikaner sind alles ein Faschisten und ja, und man müsste jetzt halt das amerikanische Atomprogramm halt eben begrenzen und unter internationale Aufsicht stellen. Also irgendwie so eine unterwanderte UNO oder was oder irgendwelche ähnlichen Gremien, ja, wo dann die ganzen Kommunisten mit drin hocken. Dieses Gremium soll dann Amerikas Sicherheit verwalten. Ja, sicher doch. Also, und ja, der ganze Film ist halt linker Aktivismus. Also normalerweise, wenn es heute noch sowas gäbe wie halt McCarthy und dieser Ausschuss für unamerikanische Umtriebe, eigentlich wäre der Regisseur Nolan wäre heute eigentlich finished. Der wäre am Ende, nach dem Film. Äh, also der tatsächliche, der tatsächliche Oppenheimer ist aufgewachsen wie ein kleiner Prinz. Also die Eltern waren halt im, halt dick im Geschäft und so und war eine größere Familie, war immer privilegiert. Also, aufgewachsen im Luxus, auch dann später an den verschiedenen halt Elite-Universitäten. Da hatte er immer dann ein schickes Apartment, ja, mit Blick auf irgendwas Schönes und so. Ja, also er musste sich da nicht irgendwie sorgen um irgendwas. Er konnte sich nur auf seine Arbeit konzentrieren. Ähm, er hat dann tatsächlich versucht, einen seiner Professoren, einen seiner, äh, einen seiner Professoren zu ermorden mit einem vergifteten Apfel. Das sieht man sogar in einem Film und es wird eigentlich überhaupt nicht erklärt. Das ist halt so eine kurze Kuriosität in einem Film, ja, und dann denkt er irgendwie, ja, das ist, muss er jetzt korrigieren und er geht dann wieder in dieses, äh, in diesen, äh, Hörsaal und, ähm, unter irgendeinem Vorwand nimmt er einen Apfel und sagt, glaube ich, da ist ein Wurmloch drin und schmeißt den dann irgendwie weg und dann ist die Sache gegessen. Und, ähm, in Wirklichkeit war das eine Riesennummer. Ähm, also, da gab's einen riesigen Fallout, ja, das heißt, nur weil sein Vater halt so reich war und diese ganzen Connections hatte, äh, durfte er überhaupt, also bekam er halt keine Anklage wegen Mordversuch, er, er durfte weiter studieren, äh, unter der Auflage, dass er halt die, ähm, sich von den besten Psychiatern untersuchen lässt. Und das war nicht der einzige solche Vorfall. Also einfach nur aus Wut oder was auf seinen Prof, wollte er dem einen vergifteten Apfel geben. Äh, Oppi, wie man ihn genannt hat, Oppi hatte immer schwere Depressionen und, ähm, ist dann immer wieder umgekippt und rollte sich dann so auf den Boden rum und so. Also so richtig total durch. Ja, jetzt nicht nur so Emo, äh, Emo-Oppi, sondern halt, also der, der, der war wirklich komplett durch. Äh, und außerdem wurde bei ihm so eine Art Schizophrenie. Ähm, diagnostiziert, also irgendeine Form von Psychose. Und dann hat er noch versucht, einen Freund zu erdrosseln mit so einem Riemen. Das steht da auch da drin hier. Das steht da alles fein säuberlich drin in dieser beschönigten Biografie. Weil man sich gedacht hat, naja, es kommt sowieso raus, also muss man halt das irgendwie ein bisschen, ja, erklären. Ihm ging's halt nicht gut. Also da war irgendwie so ein Freund und der wollte dann halt heiraten und wegziehen und dann war Oppi halt sauer. Und dann wollte der den richtig so garantieren mit einem Riemen oder einem Gürtel. Aber hey, anscheinend ist ihm nix passiert, ja. Keine Anklage, hey, alles gut, alles gut, ne. Ja, und, äh, er durfte seine Karriere fortsetzen. Ähm, später hat er noch fast eine Frau umgebracht. Ja, ähm, er war nämlich ein absoluter, äh, ähm, also ein absolut schlechter Autofahrer. Er hatte so einen flotten Chrysler bekommen von seinem Vater irgendwie und, ähm, fuhr immer wie eine Sau. Und dann hatte er so eine Beifahrerin, steht auch in dem Buch hier drin, ist dann so in Los Angeles oder sowas, gefahren wie eine Sau. Auto irgendwie kommt aus der Kurve raus, überschlägt sich mehrmals und, ähm, die Beifahrerin war bewusstlos. Und er hätte erst gedacht, die ist tot. Hätte, wäre sie auch um ein Haar gewesen. Ich meine, schauen Sie mal, wie die Crash-Sicherheit war von den Autos damals. Also es war ein richtiger Todesfall. Das war Oppenheimer. Aber hey, alles gut, alles gut. Ja, kein Problem. Ähm, wurde behandelt von den besten Psychiatern. Und dann gab es noch so eine komische Nummer, wo er dann irgendwo hingegangen ist. So ganz, ganz speziell. Und dann hatte er irgend so ein, ein mystisches Erlebnis. Und das habe ihm dann geholfen mit seinen, ähm, Psychosen? Depressionen? Und er wollte nie offen sagen, was das genau war. Was da genau passiert ist. Ja, also das wird dann, das hat er nie verraten. Und, ähm, die naheliegende Vermutung ist halt eben, ähm, er nahm Psychedelika. Also er hat sich dann wahrscheinlich von diesen, ähm, elitären Psychiatern eben behandeln lassen, Psychedelika. Was heute ja auch jetzt mehr und mehr kommt in der, in der Medizin. Wird auch mehr legalisiert. Jetzt nicht nur im Rahmen der Medizin. Sondern auch hier zum Spaß. Äh, und dann wurde er nämlich im Laufe der Zeit, ähm, trotz eines jüdischen Backgrounds, er war jetzt nie gläubig. Ähm, er wurde dann zum Buddhisten. Ja, und deswegen hat er dann auch dann diese, äh, Bhagavad Gita da zitiert bei dem Atomtest. Und er nannte das dann auch Trinity und hat dann auch immer wieder hier rumgemacht mit diesen alten, äh, Sanskrit-Texten. Also anscheinend war das dann für ihn so die große Befreiung geistig. Uh, ja, ähm, und, äh, da hatte ich ja letztens noch mal eine Sendung über, äh, General Stubblebine und die ganzen, ähm, diese, äh, hohen Militärs in Amerika, die dann halt, halt abstruse Forschung gemacht haben. Also esoterische Forschung im Militär. Und die Vermutung ist eben da auch, äh, General Stubblebine, ähm, nahm Psychedelika. Äh, wurde vielleicht sogar von, von linken Agenten bearbeitet oder Spionen bearbeitet hingegen. Und das führte halt zu sinnlosen Experimenten. Da war die Inspiration dann für die Serie Stranger Things. Ähm, aber es zerstörte halt seine militärische Karriere beim Militärgeheimdienst. Ähm, und, äh, er war einer der, ja, fähigsten Antikommunisten. Seine Ära. Also ein Militärgeheimdienst Hall of Famer. Und dann wegen diesem ganzen E-So-Schmeh-So war er halt dann einfach, ähm, halt da raus aus dem Game. Ähm, also, und, ähm, ja, äh, hatte anscheinend diese Erfahrung Mr. Oppenheimer und, ähm, wurde noch immer kommunistischer. Also das kennt man ja auch schon von, äh, jetzt den Ökos oder sowas oder von anderen Gruppen oder von Charles Manson und seiner Sekte. Also man blastet diese Leute hier mit, ähm, LSD oder anderen Psycho-DLK und dann noch mit Propaganda. Und das setzt sich dann im Kopf fest. Und wenn du diese Leute und diese Zielperson noch befreundest und so, dann klappt das noch viel besser. Ähm. Also, und, äh, ähm, also das heißt, er war hier totaler Psychotiker. Dann ging es ihm irgendwie besser. Äh, war immer schon umgeben von Kommunisten. Und, äh, dass er unter diesen Umständen, dass er unter diesen Umständen überhaupt eine Sicherheitsfreigabe bekam, ist grenzt an ein Wunder. Oder es gab halt einen Maulwurf weiter oben, der ihn da reingelassen hat. Und er brachte weitere Kommunisten halt hier in das Atomwaffenprojekt. Ähm, dass er später diese Sicherheitsfreigabe verloren hat, ist vollkommen normal. Äh, das, das ergibt sich natürlich aus den Fakten. Im Film wird das dargestellt, als sei das total unfair. Oh, er hatte ein paar linke Freunde und seine Freundin war irgendwie links und deswegen blablabla. Nee, das war halt ganz normale Spionageabwehr. Aber in diesem kommunistischen, leninistischen Framing von dem Film, ähm, der, laut dem Framing ist ja Antikommunismus, äh, Antikommunismus ist Gleichfaschismus. Oder Imperialismus. Er wird immer schlecht geredet. Ähm, dann, ähm, ja, dann der Film endet halt mit so einem Gespräch hier so mit, ähm, Albert Einstein. Also das ist, der taucht schon früher im Film mal auf. Und Einstein wird halt so präsentiert als so dieser Albus Dumbledore, ein bisschen Charakter, der halt dann irgendwie so halt die ganze Welt besser versteht und nicht nur die Physik. In Wirklichkeit war Albert Einstein ein Kommunist. Also er war komplett ungebildet, was jetzt, äh, Sicherheit und Politik und Imperien anbetraf. Äh, und, ähm, Einstein hat sich da komplett überschätzt, hatte auch so komische Kontakte. Deswegen durfte er nicht in das Manhattan Project. Und die beiden, Oppi und Einstein, die waren auch keine Freunde, wie es im Film dargestellt wird. Das war überhaupt nicht der Fall, sondern, äh, Oppi hielt Einstein, äh, für einen totalen Spinner. Zitat. Totaler Spinner. Ja, aus diesem beschönigten Buch sogar. Dann, äh, sieht man den Security-Chef, also den Sicherheitschef von Los Alamos, von dieser Forschungseinrichtung. Also der muss halt die Spione jagen, ne, also der ist dafür für die Sicherheit verantwortlich. Und dann ist dann so eine Szene, äh, da muss ich dann halt Oppenheimer unterhalten, ähm, da muss ich halt Oppenheimer, ähm, Oppenheimer so unterhalten mit, ähm, mit diesem Sicherheitschef. Ja, und er stellt halt Fragen, ey, was war mit dem, was war hier, was war da, was war. Und dann, ähm, ja, ist das Gespräch vorbei und Oppenheimer denkt sich halt nicht viel dabei und dann unterhält sich Oppenheimer mit seinem, also mit seinem Offizier. Das ist, der wird gespielt von Matt Damon, das ist halt so der Gute, ne. Und Matt Damons Charakter, äh, sagt dann zu Oppenheimer, ey, sei bloß vorsichtig mit dem Sicherheitschef. Der ist ein Monster. Äh, und dann wird dann so gesagt, ey, der, 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 die, die Familie stammte aus dem zaristischen Russland. Und der Kerl hat dann quasi mit eigenen Händen Kommunisten ermordet. Praktisch im Zuge der Revolution im Bürgerkrieg. Und er sagt, so what? Das war leider vollkommen normal im Zuge der kommunistischen Revolution im Bürgerkrieg. Aber das wird dann so dargestellt, um Gottes Willen, was ein Monster. Er kämpfte tatsächlich zurück gegen die, oder halt generell gegen die Kommunisten. Und, und dann casten die dann auch noch, äh, so, dass er aussieht wie ein Nazi. Also halt wie die Frisur und dann noch die blauen Augen und so. Also totales kommunistisch-leninistisches Framing. Ja, äh, Antikommunismus ist gleich Faschismus. Ähm, und, ähm, und das ist halt eben auch so das größere Nachkrieg. Ja, äh, der Westen ist faschistisch, der Westen ist faschistisch, der Westen ist faschistisch und wird immer faschistischer. Also, die einzige Rettung sei der Sozialismus. Ja, und genau dieses Framing verwenden Linke halt auch noch. Ähm, aber so mehr und mehr Rechte haben sich halt dann einnullen lassen von diesem Verschwörungsnarrativ. Also, es gibt diese kommunistische Weltverschwörung und dahinter stecken die Juden und deine Rettung sei der Faschismus. Ja, kompletter Schwachsinn, ne? Und deswegen haben auch so viele Leute spioniert für die Russen. Genauso wie heute, äh, sehr viele Leute, ähm, genauso wie heute halt eben sehr viele Leute spionieren für die Russen, weil sie sich haben einnullen lassen und sich denken, wir müssen die Welt retten vor dieser Bedrohung. Äh. Ja, und dann gibt's da eben noch diese ganze, dieses ganze Klim-Bim halt mit diesem, äh, diesem Typen, der wird dann gespielt von Iron Man, wie heißt der, Robert Downey Jr., glaube ich, ist das. Äh, und, und, der versucht halt dann quasi seine Karriere zu retten, muss dann halt, im Film, ja, muss dann halt so Oppenheimer unter den Bus schubsen, wie die Amerikaner sagen würden. Also, Oppi soll es Bauernopfer sein, damit halt die Karriere von dem anderen Typen halt weiterlaufen kann. Und dann gibt's so eine Abstimmung, ja, haben die, hat man noch genug Vertrauen, hauen in diesen Funktionär und dann sieht's erstmal so aus, als, äh, ginge die Abstimmung positiv aus, aber dann reichen die Stimmen nicht, ja, und die Karriere von dem Mann ist halt ruiniert. Und dann wird dann so eingeschoben in dem Film, oh, ein, ein junger, aufstrebender, ich glaub, Senator, äh, ein junger, aufstrebender, äh, Senator hat gegen den Funktionär da gestimmt und der, der junge Typ heißt, äh, John F. Kennedy. Also auch dieses linke Framing, oh, Kennedy war irgendwie so eine, die linke Ikone und, 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 weil Kennedy eben so toll und links war, deswegen wurde er dann ermordet von der rechten faschistischen Weltverschwörung. Ich mein, ich hab ja letztens, äh, zum zigsten Jahrestag von JFK dann nochmal einen ausführlichen Bericht gemacht, ausführlicher als in den Jahren zuvor. Nee, äh, äh, JFK war ein Antikommunist. Also ganz strikt vehement gegen den Sowjetkommunismus. Hat auch die CIA gehetzt, auch Journalisten in den USA, was illegal war, um halt irgendwelche Leaks und Moles zu finden. Und das Kabinett von JFK, das Kabinett war voll gruselig. Also jetzt nicht nur halt Typen, die, die halt eher so, so ziemlich weit rechts waren oder super konservativ waren, ähm, also halt so, eher so Republican-Types, äh, sondern, ähm, seine Administration war voll mit Leuten aus diesem Skull-and-Bones-Umfeld. Also das ist halt eben dann diese super heimliche, gruselige Strömung, die halt eher, ähm, mittelalterliche, äh, Leib-Eigenschaft repräsentiert. Und jetzt nicht dieses Konzept der USA. Also das wird dann so reingeschoben in den Oppenheimer-Film. Oh, der gute JFK, einer von den Guten, von den Linken und so. Vollkommener Schwachsinn. Äh, also, und, äh, äh, ja, äh, frühzeitig war Oppi ein aktives Mitglied der Society for Ethical Culture von einem gewissen Felix Adler. Also der war also jüdisch, aber das war eine viel größere Bewegung. Also das hatte eben dieses Ethical Movement, war eigentlich nichts anderes als Kommunismus. Ähm, die hatten verschiedene Standorte, USA, aber auch England. Und, äh, diese Ableger in England, das waren eben zum Beispiel die Fellowship of the New Life und die Fabian Society. Also das ist so eines der, also die Brutstätten des, äh, westlichen, modernen Sozialismus. Und da steckt ja der Hochadel mit drin. Ich hab das ja mal in meinen Büchern auch ganz genau auseinandergenommen, Fellowship of the New Life und die Fabian Society. Ja, also, also nix irgendwie Windmühlen von Sion oder sonst irgendwas. Ne, da steckt ja doch der Hochadel mit drin. Das ist eben diese ganz, ganz seltsame Verbindung von diesen, diesen Elite-Hochadelsfamilien, die sehr groß waren, äh, und die Verbindung zu dem Sowjet-Kommunismus. Albert Einstein war ein Unterstützer dieser Ethical-Culture-Bewegung. Die First Lady Eleanor Roosevelt, äh, war immer mit ihr, mit dabei bei der, bei den Events der New York Society for Ethical Culture. Und Mr. Felix Adler klang eben genauso wie Marx und Lenin. Er hat dann gesagt, das Grundübel der heutigen Welt, sagt er ja, ist, ist die, die kommerzielle Sichtweise. Also, wenn du kommerziell wirtschaftlich denkst, handelst, businessmäßig, ja, das ist das Grundübel, das es zu zerstören gilt. Ja, und das war genau die Definition auch von Marx und Lenin. Die haben ja auch gesagt, sie wollen sich da irgendwie abgrenzen, haben ja gesagt, ja, Business ist, ist, ist der Teufel. Und den müssen wir austreiben. Und, und wir Kommunisten können das viel besser. Äh, wir, wir lassen einfach Beamte alles entscheiden, was produziert wird und wer wie viel bekommt. Ähm, und, ähm, ja, wie wir die Preise festlegen, naja, schwurbel, 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 schwurbel. Ja, äh, also das war schon so diese kommunistische Vorbildung hier für, äh, Oppi, Mr. Oppenheimer. Und dann war auch diese Episode, was im Buch geschildert wird, in diesem Sommerlager, äh, als Teenager. Da wurde Oppenheimer da total hier, äh, Oppenheimer total hier fertig gemacht. Also, ähm, also er hat irgendwas gepetzt und dann hat sich sein Vater eingeschaltet und bekamen die Jungs da irgendwie Ärger und haben sich an ihm gerecht. Äh, also die haben ihn dann irgendwie nackt ausgezogen, ihn mit Farbe angemalt und dann in so eine Kühlkammer reingesperrt, wo er die ganze Nacht ausharren musste. Manche sprechen sogar davon, er sei regelrecht gefoltert worden. Also vielleicht hat ihn das auch nochmal zusätzlich motiviert, dann für die Sowjetunion zu spionieren, weil er irgendwie gedacht hat, wir müssen eine bessere Welt schaffen. Ähm, ich meine, wenn du im Ostblock irgendwie dein Maul aufgemacht hast, dann ist ja noch Schlimmeres passiert als ihm. Weitaus schlimmer. Äh, ja. Ja, also dann wurde er hier der Freund von Friedrich Georg Hutermanns, äh, und, äh, Mr. Hutermanns war Mitglied der deutschen, Mitglied der deutschen kommunistischen Partei seit den 1920er Jahren. Der ist dann halt nach Britannien geflüchtet, äh, vor den Nazis. In die Nähe von Cambridge, wo auch die krassen Spione da waren. Äh, dann, 1935, 1935 ging Hutermann, äh, ging Hutermanns in die Sowjetunion und durfte da arbeiten am Kharkov Physikotechnischen Institut. Wurde dann verhaftet vom Geheimdienst, wie es halt so ist, äh, also damals hieß der NKVD im Dezember 1937. Er hat dann irgendwie unter Folter gemeint, er sei ein deutscher Spion. Kann sein, vielleicht auch nicht. Ähm, ist dann irgendwann freigelassen worden, wurde dann da rausgeholt und, ähm, arbeitete dann für die Nazis in der Atomphysik. Na dann. Äh, dann Oppenheimers Student und enger Kollaborateur, äh, dann auch beim Manhattan Project. Äh, also sein Student war Robert Serber. Und Serber heiratete die Kommunistin Charlotte Löw, oder Löw. Und diese Charlotte, die, die bekam dann einen neuen tollen Job, äh, durch Oppenheimer. Nämlich, sie war dann verantwortlich für die technische Bibliothek im Los Alamos Institute für die Entwicklung der Atombombe. Wow. Also, sie hatte dann immer den, äh, dieses Spezialköfferchen auch mit sich rumgetragen, sie hatte einen einzigen Schlüssel. Und da gab's eben diese ganzen Korrespondenzen. Also zum Beispiel wurde ja aus, international wurde ja rumspioniert durch die Amerikaner auch. Ähm, also wenn die Amerikaner irgendwas erbeutet hatten für Nuklearphysik, landete das über die Geheimdienste halt dann letztendlich bei Los Alamos, beim Atomwaffenprojekt, und in den Händen von Charlotte Löw. Der Kommunistin. Sie bekam den Job wegen Oppenheimer. Ähm, sie war jetzt nicht ein Mitglied der kommunistischen Partei, aber ihr Bruder war's und die Schwester war's. Zwischen 1946 und 1948, ähm, äh, wurde sie abgehört vom FBI und ihre Post wurde geöffnet. Na dann. So, geht weiter. Oppi, ähm, Oppenheimer hat sich dann ein Apartment gemietet von Mary Ellen Washburn. Die war Mitglied der kommunistischen Partei und die sammelte immer fleißig Geld für die Kommunisten in Spanien. Äh, dann Oppenheimer traf sich mit Harry Bridges, ähm, dann hatte er diese Affäre mit der Kommunistin Gene Tadlock. Und die war so ein, so ein, ja, so ein Türöffner für ihn. Also die brachte ihn in Kontakt mit anderen Kommunisten. Rudy Lambert, Thomas Addis. Und dieser Lambert wurde dann auch untersucht vom FBI, weil er war in Kontakt mit der kommunistischen Internationalen. Das ist ein internationaler Apparat. Ähm, ähm, es kamen dann Daten ans Tageslicht, so abgefangene Sachen, entschlüsselte Sachen hier, also Informationen, die stammen eigentlich vom KGB. Es war dieses Venona-Project. Und, ähm, äh, also da hatte der KGB eben dann halt Informationen gesammelt über halt Uranvorkommen in westlichen Staaten. Und in dieser KGB-Kommunikation fiel eben dann auch der Name Rudy Lambert. Na dann. Äh, die US Atomic Energy Commission musste dann schließlich dann einen Haufen Sachen untersuchen, auch eben dann die Rolle von Oppenheimer. Und man fand eben heraus, äh, Oppi hat gelogen. Und zwar nicht zu knapp. Ja, das heißt, das wird im Film natürlich dann ganz anders dargestellt. Also im Film ist er ja das gute Opfer, ne? Äh, und, ähm, ihm werden dann die Worte im Mund verdreht. Und er hat ja dann, kann sich nicht mehr halt an alles genau erinnern. Und dann wird halt so eine Erinnerungslücke oder das Diskrepanz. Da wird dann strikt draus gedreht für ihn und bla bla bla. Aber in Wirklichkeit hat er einfach gelogen. Und zwar mehrfach. Richtig krass. Ähm, also das heißt ja dann in dem, in dem Untersuchungsbericht, ähm, 1943, also 1943 behauptete Oppenheimer noch gegenüber Colonel Lansdale, dass er diesen Rudy Lambert überhaupt nicht kennt. Also den ich gerade erwähnt hatte, den Oberkommie, ne? Ja, er kennt Rudy Lambert nicht und, ähm, hat dann noch Colonel Lansdale so gefragt, wie sieht denn der überhaupt aus? Vielleicht bin ich dem ja mal beim Weg gelaufen. Also ich kenne den überhaupt nicht. Und, ähm, später dann unter Eid, äh, meinte dann Oppenheimer etwas ganz anderes. Ne, nämlich er hat sich mit dem mehrfach getroffen. Also er konnte ihn auch genau beschreiben. Und, ähm, ja, er hat auch zugegeben, er hatte dann Lunch mehrfach mit Lambert und einem gewissen Isaac Volkhoff. Auch von der kommunistischen Partei. Ähm, ja. Also das, äh, war dann das. Und in dem Film geht es dann auch noch um diesen Tod von dieser, dieser Ted-Lock, also der, der Affäre da von Oppenheimer. Äh, also die zeigen da verschiedene Varianten. Das eine Mal killt sie sich selber irgendwie in der Badewanne, das andere Mal wird sie getötet. Und bis heute ranken sich ja da die Mythen drumherum. Also die böse CIA oder was weiß ich, äh, die faschistische Weltverschwörung hätte sie halt ermordet. Ja. Äh, wirklich wissen tut man es natürlich nicht. Äh, Oppi hat dann eben versucht, das alles runterzuspielen. Er hat dann gesagt, naja, diese Ted-Lock, die kannte halt andere Leute. Und manche hatten halt mit den Kommunisten was zu tun. Ähm, und er meinte noch, ja, er hatte so ein bisschen Sympathie für manche Sachen, also für die, die Arbeiterrechte und die Bezahlung der Arbeiter und die, die, die Spanier und so im Bürgerkrieg. Aber das sei ja alles harmlos gewesen. Ja, Moment. Er, er, er brachte ziemlich heikle Leute rein. In das Manhattan Project. Das ist was anderes, als wenn du halt bei einer Dinnerparty mit irgendwelchen Marxisten redest oder Kommunisten redest. Oder ob du jetzt irgendwie dann mit Mrs. Ted-Lock nach dem Sex dann irgendwie philosophierst über Karl Marx. Oder Lenin. Nee, er brachte diese krassen Leute in das Manhattan Project ein. Oppenheimers Bruder war Mitglied der Kommunistischen Partei. Auch die Frau von dem Bruder. Ähm, dann Oppenheimer war an Berkeley Mitglied einer Diskussionsgruppe. Und das war eine Tarnorganisation der Kommunistischen Partei. Also das, ähm, wurde dann bestätigt durch Harkon, Chevalier und Gordon Griffiths. Ähm, die sagten dann, das war einfach nur eine Tarnung für die Kommunistische Partei. FBI untersuchte Oppenheimer, äh, ab März 1941. Ähm, er war bei so einem Meeting hier im Dezember 1940 bei einem Meeting zu Hause bei Mr. Chevalier. Und dort bei dem Dinner war eben dann auch noch hier, äh, William Schneiderman. Der war der State Secretary der Kommunistischen, Kommunistischen Partei, äh, Kaliforniens. Und dabei war auch noch der Schatzmeister der Kommunisten, Isaac Volkov. Und dann, das FBI brach natürlich alle möglichen Regeln, hat alles mögliche abgehört, ne. Und, äh, man, bei den Abhöraktionen bekam man eben auch noch weitere Informationen in die Hand. Ähm, also verschiedene Mitglieder der Kommunistischen Partei, äh, sprachen eben dann über Oppenheimer. Also als einen der Iren. Und es gab auch Spitze, ja, oder Informanten in der Szene. Und die bestätigten eben dann auch, dass Oppenheimer da, äh, mit drin war. Äh, ja. Dann noch dieses Ablenkungsmanöver, das ist auch im Film mit drin. Also, ähm, Oppenheimer hat dann versucht halt eben die Fahnder abzuschütteln, auf eine falsche Bahn zu schicken. Er meinte dann irgendwie zu denen so, äh, ja, dieser George Eltonton ist bestimmt ein Spion und so. Aber das hat er einfach nur erfunden oder hat er einfach nur hier, äh, hier halt vorgebracht, ne. Um sich selber zu schützen, um andere Leute zu schützen. Ähm, äh, dann musste er zugeben, seine Studenten waren Kommunisten, David Bohm, Giovanni Rossi Lomanitz, Philip Morrison, Bernard Peters, Joseph Weinberg. Und on and on and on. Ähm, also was auch nicht gezeigt wird in dem Film, ist halt eben dann die Realität im Sowjetregime. Und das ist so, als hätte ein Kommunist das ganze Drehbuch geschrieben. Ja, also, äh, die Spionageabwehr gilt immer als faschistisch und böse und Hexenjagd. Und da stecken immer die bösen Imperialisten und Faschisten dahinter und so. Und du siehst halt ganz kurz in dem Film den Spion Klaus Fuchs. Da heißt es mal kurz, hey, da ist Fuchs, ah, was ist mit Fuchs und so. Und dann hörst du halt mal kurz, ach ja, der war ein Sowjetspion. Hihi. Weil, als sei das entschuldbar, als sei das halt irgendwie so ein Typ gewesen, der dann die, die Machtbalance wiederhergestellt hätte und das sei irgendwie gut und toll. Ne, wegen solchen Leuten bekamen die Kommunisten halt eben dann viel schneller, äh, Atomwaffen in die Hand. Und das hatte eben dann gravierendste Auswirkungen. Äh, und es gibt ja gute Bücher über Klaus Fuchs, wie zum Beispiel das Buch, ähm, Trinity hieß das, glaube ich. Äh, und, ähm, da lernst du halt, wie Klaus Fuchs eben, äh, überhaupt erst mal nach Amerika kam. Ja, er flüchtete von den Deutschen nach Britannien, ähm, war auch umgeben von Kommunisten, Schwester irgendwie Kommunist und alles mögliche rauf und runter. Ähm, und, ähm, bekam dann aber halt eben dann diese Sicherheitsfreigaben in Britannien. Die haben ihn dann angeblich geprüft und dann haben sie, haben die Briten den Amerikanern gesagt, der ist sauber. Der darf nach Amerika gehen, um halt eben bei der Manhattan Project mitzuarbeiten. Hoch und heilig versprochen. Der ist clean, wir haben den geprüft, ne. Und es war natürlich offensichtlich ein Spion. Das hätte man auch zehnmal merken müssen. Aber irgendwer im MI5, im britischen Dienst, ähm, britischen Geheimdienst, irgendjemand hat ihn beschützt. Und das war vielleicht, das Chapman Pinscher hat drüber geschrieben, ähm, die schützende Hand war vielleicht die von, ähm, Hollis. Den Direktor des MI5. Ich meine, wenn, wenn der Geheimdienstdirektor ein Verräter ist, dann hast du mal ein richtiges Problem. Ja, und noch weiter drüber standen dann Leute wie Lord Louis Mountbatten. Ja, über den gibt's auch ein paar wenige gute Bücher, wie zum Beispiel War of the Windsors. Ja, totaler Ostfreund. Lord Louis Mountbatten. Ja, und heute, wie gesagt, heute arbeiten die Russen vor allem, ähm, heute, ähm, arbeiten die Russen halt, ähm, mit einem breiteren Spektrum an Leuten im Westen zusammen. Also nicht nur mit den Linken, aber auch, äh, sondern die, die, die Russkis arbeiten halt eben dann auch sehr stark, ähm, hier im, im Westen zusammen. Mit halt der Extremrechenbewegung, die Truther, die Magas und so. Ja, und das funktioniert im Endeffekt genau gleich.